Hallo Leute und willkommen zur nächsten Malen Folge von Pokémon Anir. Im letzten Part haben wir uns den 7. Knorren geholt. Wir sind jetzt T-Mocken auf der Spur, die versuchen den Mio-Tit zu fangen. Um zu sehen. Wir sind den T-Mocken auf der Spur, die Mio-Tit zu fangen. Die Mio-Tit zu fangen. Das war's für heute. Hier. Ich bin schon wieder zu spüren. Äh. Ich bin noch weg. Ich habe einen Pokémon an. Also auch die Poké-Wahl-Aufführung. Weil ich glaube, das wird langsam wichtiger. Und ich denke, ich werde noch was anderes machen. Dann zeige ich euch einfach hin auf die Zahne-Studie gehen. Wir werden offen. Ich werde das jetzt noch mitmachen. Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt noch keine Erfassung, aber ich glaube, man kann trotzdem die Kleinigkeiten davon bekommen. Ich kann sehen, dass du so ein guter Trainer geworden bist. So, okay, wir haben Platt. Ich habe eine Art Lektor, für eine Art Lektor. Das war's für heute. Das war's für die Gartenwurfs. So, ja, wir kennen die Füße von Englisch. 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 So, ja. hoffentlich ein endliches Ende Okay, low Oh. Okay, you ever smell on it? Okay, I'm going to go over there. I'm going to go over there. Okay. I'm suffering, everyone. Come on, let's sit. Well, let's... Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go. 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 Signing out. I'm prepared to fight. Bubbles. I'm prepared to fight. It was a리 of devastation. Okay. 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 Ich kann mich nicht mehr überraschen, wenn ich den Widerstand des Widerstands und die Widerstands auf meine Schäden. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Ich muss sagen, Giovanni ist eigentlich ein guter Charakter. Ich muss schauen, ob Rubio mit seinem Pokémon alleine kann. Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Das war's für heute. 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 Du war's für heute. Das war's für heute. So, das war's für diesen Folge. Ich habe seit einem Freund in der Linken vorgespielt, das Finale von diesem Schindler. So, das ist ein Spiel, das ist ein Spiel. So, das war's für diesen Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Faro.